Volks TV präsentiert Ihnen die Veranstaltungshighlights von Hans Heilands Mostviertel-Events. Wir haben für Sie vier tolle Musikveranstaltungen zum Vormärken. Die Amigos am 7. Oktober in Wieselburg, Nick P. und Band am 16. Dezember in Zwettl, die volkstümliche Starweihnacht am 17. Dezember in Wieselburg und das Goldene Oberkrainer Festival am 25. März in Wieselburg. Alle weiteren Informationen sowie die Kartenvorverkaufsstellen finden Sie unter www.mostviertel-events.at